Das seid ihr ja, dumme, dumme Menschen! Ihr solltet doch eigentlich wissen, dass man nicht in arbeitverlassene Häuser geht und schon gar nicht in der Macht der Gäste. Nun, da ihr diese Halle der Tränen habt, ist es für euch nie zu spät, denn jetzt seid ihr noch mehr los und werdet noch Kreuzfahrt, Sterne, Hüfte und Morgen. Morgen könnt ihr dann zusammen spielen. Aber gut, ihr habt noch eine Chance euch zu retten. Es gibt eine Tür, die so spukhaulig ist. Verschlöpfen. Mit zwei Schlöpfen. Wenn ihr es schafft, sie zu öffnen und euch nicht bei euch nach draußen zu gelangen, dann ist der Fluch gebrochen. Ihr seid geschützt und könnt euer Leben feiern. Die Schlöpfen. Die Schlöpfen. Die sind auch in diesem Hausversteck. Sie sind auch in diesem Hausversteck. Sie glauben nicht zu verkennen. Durch ihr hellen Leuchten. Die Schlöpfen. Die Schlöpfen. Die Schlöpfen. Eins noch. Nur allein. Zwei. Dürft ihr an dem Wächler vorbei. Genau, ich höre. Los. Laut. Seid mutig und wirst nun euer Glück. Die Schlöpfen. 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 1, 2, jetzt lauf ich vorbei, 3, 4, er steht schon hinter dir, 8, 5, 6, reichtestes nach Hex, 7, 8, es geht bis Mitternacht, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, Schnell! Das ist ein Ding! 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 Ahh! .... bzw. Ja! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020